Ciao Berlin! Herzlich willkommen in unserer Bottega d'Amore, der Wohlfühloase in Koblenz-Ärhenbreitstein. Wir sind Sina und Katja, Hochzeits- und Eventplaner, freie Trauredner und Yoga-Lehrer mit Herz und Seele. Es ist unsere Berufung, bewusste, genussvolle und wunderschöne Momenten zu kreieren. Deswegen sind wir auch seit fünf Jahren selbstständig und helfen unseren Kunden und Brautpaaren dabei, eben genau diese Momente zu feiern. Unsere Bottega d'Amore vereint von Herzen unser Showroom für unsere Hochzeitsplanung, ein kleines Café mit tollen Leckereien, regionaler Feinkost und eine feine Boutique mit tollen nachhaltigen Accessoires. In meinen ganzheitlichen Yoga-Kursen bringe ich euch wieder zurück zu euch selbst, in eure Balance und zu eurer eigenen Kraft. Reiki ist eine alte japanische Heilkunst, bei der durch Handauflegen oder mit gewissem Abstand die positive Lebensenergie zurück zu deinem Körper kommt, dabei dein Stoffwechsel angeregt wird, deine Abwehrkräfte und vor allem deine Selbstheilungskräfte wieder angeregt werden, sodass du fit und vital wirst und einfach das Leben wieder genießen kannst, auf körperlicher und auch mentaler Ebene. Als Hochzeitsplanerin möchten wir natürlich auch mit Brautmode inspirieren. Deswegen arbeiten wir mit einer Modedesignerin zusammen, die für uns eigene Kreationen designt und wir euch damit eben inspirieren können. Als Italien-Liebhaberinnen leben und vor allem lieben wir das deutsche Vita. Deswegen steht Genuss bei uns ganz im Vordergrund. Wenn auch ihr vielleicht den besten Kaffee-Kuchlinz trinken möchtet oder einen regionalen Wintersekt probieren möchtet oder den Prosecco aus Bella Italia oder die auch alkoholfreien Sekte, freuen wir uns auf euch. Tschün tschün!